R-E-W-R-M-S-I-D Langweilig! 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 Äh, was ist mit dem... Langweilig! Da vorne ist noch ein Paket für dich. Und warum bist du auf meinem Platz? Halt... Hä? Das... Hallo, Isi! Hallo, Legria! Kamera! Hallo! Ich hab dich gerade im Trittmaus gehört. Ich dachte, es sei hier, wer irgendwie geistesgestört hat drin gewesen. Und dachte so, boah, was ist denn jetzt passiert? Aber das warst du. Du enttäuschst mich nicht. Du hast mich ernsthaft überrascht, oder? Ich dachte wirklich ernsthaft, dass du einen geistesgestört hast. Danke, Isi! Und damit herzbekommen zu diesem neuen Vlog. Thomas fragte gerade, was ist eigentlich mit diesem Paket? Und Thomas hat recht. Was ist eigentlich mit diesem Paket, meine Freunde? Aber bevor wir das jetzt machen, komme ich ganz kurz vor eine andere Sache. Felix, gib mir bitte mal ganz kurz einen Nagel und einen Hammer. Ich will jetzt meinen Merch aufhängen. Du weißt schon, dass ich jedes Mal deinen Hammer benutze und deine Nägel. Wo sind die denn? Hä, wir haben Hammer und Nägel? Einen Hammer. Wo? Also da klar ist immer... Das ist auch nicht mein Hammer und Nägel habe ich auch keine. Ne, ne stimmt. Nägel habe ich nicht mehr benutzt. Hä? Ist das Zinsschnur? Das ist meine. Warum hast du eine Zinsschnur gekauft? Das ist geheim. Hast du Feuerzeug? Ich will das anziehen, was passiert. Felix, ich brauch einen Hammer. Ich hab zu probiert. Einen Nagel. Einen Nägel habe ich. Okay Leute, dann machen wir jetzt erstmal das und dann kommen wir zu dem geheimnisvollen Paket, was im Flur steht. Oh weia! Du brauchst keinen Hammer für das, weißt du. Ich kriege Hymne. So, bevor jetzt irgendwas anderes passiert, meine Freunde, schaut mal, alle hängen das ja so rum auf. Aber bei mir ist es ja so rum eigentlich viel schöner, oder Thomas? Oder Thomas? Äh, ja. Oder Thomas? Sehr schön. Thomas, du musst das festhalten und gleichmäßig spielen. Warte. Wofür hab ich dich engagiert, Mann? Nicht zum Festhalten. Das stimmt. Ähm. Ich glaub mein Mölk ist einfach zu dick und zu gut dafür. Der Schraube in die Schraube ist krumm. Nagel, äh. Ist ja mal überhaupt nicht zentriert. Der Thomas Mann. Yes. Nice. Okay Leute, damit sind wir fertig. Und jetzt können wir echt zu dem Part kommen, wo ich die ganze Zeit drauf warte. Denn wir haben dieses wunderbare Paket hier erhalten. Komm mit, komm. Das haben keiner der anderen sehen. Komm Thomas, schnell, komm. Komm. Komm schnell, komm, 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 komm. Was sich hier drin befindet, ist endlich, endlich. Ich hab den Anschluss verloren. Leute, hier befindet sich eine Sache, auf die wir alle schon lange gewartet haben. Und zwar unser Uferhaustier. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben lange debattiert. Was würde im Ufer nicht sterben? Was würden wir schaffen, am Leben zu erhalten? Wie ein Geistblitz ist es mir in den Kopf geschossen. Es muss ein Roboter sein. Aber nicht für ein Roboter, meine Freunde. Denn heute beschäftigen wir uns mit dem Anki Cosmo. Ich hab diesen Roboter netterweise zugesendet bekommen. Und ihr seht ja auch schon hier oben, dass er ganz schön unterstützt. Durch eine Produktplattform, beziehungsweise ein Werbevideo für dieses Ding ist. Ich werde euch aber trotzdem heute alles mit diesem wunderbaren, kleinen, süßen, kleinen Fratzimann zeigen, was wir heute hier im Büro erleben können. Jodie kommt später auch noch vorbei, die hat nämlich auch noch einen bekommen, Leute. Wir gehen jetzt erstmal hin, öffnen das Paket und schauen, was sich da drin verbirgt. Dürfen wir vorstellen, Cosmo, ein talentierter kleiner Kerl mit eigenem Willen und ein paar Tricks auf Lager. Er ist ein Roboter mitten auf dem echten Leben. Machen wir mal auf und schauen, was da drin ist. Ich will's nicht kaputt machen. Ich hab's kaputt gemacht. Thomas, es ist soweit, Mann. Wir haben ein Haustier im Ufo. Etwas, was nicht sterben kann. Geil, kannst du jetzt endlich von meinem Stuhl runtergehen? Wenn wir es regel... Wenn wir es regelmäßig aufladen, Thomas. Mein Gott, guck mal, wie klein und süß der ist. Was ist der kleine Fratzimann? Und Leute, ihr glaubt nicht, was dieses kleine Ding alles kann. Das ist krass. Das ist richtig krass. Oh mein Gott, wie cool er aussieht. Okay, Leute, ich bin gespannt, wenn wir das erste Mal einschalten und das erste Mal mit der App verknüpfen. Denn das Ding wird über eine App gesteuert, Leute. Das war einfach. Schaut euch das an. Schaut euch an, wie klein und niedlich er ist. Oh mein Gott. Paluten hat zwar einen Roboter, Leute, aber das Ding... Das Ding wird Palutens Roboter im Zweikampf zerstören. Wir haben hier nochmal drei interaktive Würfel, meine Freunde, die man ebenso benutzen kann mit diesem wunderschönen Roboter. Ihr seht das hier schon, Leute. Die leuchten. Guckt mal. Uiuiuiuiui. Schaut her, so sehr schön, ja. So. Hallo. Izzy, jetzt nicht. Ich bin gerade im Modus. Im Modus? Ich bin gerade im Modus. Ich habe ja was Neues. Izzy, das ist unser Uferhaustier. Das darfst du aber nicht sehen. Jetzt ist... Das ist ein neuer, das ist der geilste. Wer die bald ersetzt durch uns auch? Ja, hoffentlich wird bald der Roboter dich ersetzen. Super geil. Zurück in den Modus, Leute. Okay. Ich fühl mich bereit, Thomas. Ich fühl mich bereit. Das ist schön. Ich verbinde nun Cosmo dieser wunderbar programmierten App. Gib deinen Geburtstag ein. Meinst du, der danzt zu meinem Geburtstag dann? Das wäre richtig cool, Mann. Das wäre auch der einzige, der da tanzen würde. Dann würde mir endlich jemand gratulieren. Meine Party war ein Flop. Hallo? Ja. Ist hier vielleicht ne Wasserwaage? Nein jetzt, Izzy, raus! Du hast doch irgendwann ne Wasserwaage! Ich hab keine Wasserwaage, Mann! Wo ist sie? Izzy, raus jetzt hier! Okay, Leute. Es ist soweit. Jeden Moment wird Cosmo zum Leben erweckt. Und dann können wir gemeinsam die Welt erkunden. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, los geht's! Cosmo, auf! Oh, guck mal! Die Augen! Als ob! Was?! Er macht die Augen so richtig süß auf. No way! Yo! Oh mein Gott! Er freut sich richtig. Halt dir genau die Anleitung. Stelle einen Cube vor Cosmo auf. Okay. Oh mein Gott, die leuchten ja. Okay, wir nehmen den. Okay, jetzt geht er hin und versucht den Cube. auf! Alter, ist das krass! Oh mein Gott! Er traut dem Ganzen nichts, oder? Ja, er schaut so ein bisschen skeptisch. Siehst du das? Ja, ist das krass, oder? Er nimmt ihn! Er nimmt ihn! Er nimmt ihn! Geh nur zurück, Mann! Er hat ihn geklaut! Ah, guck mal, er freut sich! Was? Halt's auf! Was? Alles klar! Cosmo würde dich gerne kennenlernen. Gib deinen Vornamen ein. Sebastian! Schau gerade aus in die Richtung. Für Cosmo wiege dich nicht. Oh mein Gott, er scannt mich gerade. Was? Bitte was? Oh Gott! Ist das süß! Oh mein Gott! Das erste Lebewesen, das sie freut, Sebastian zu sehen. Hör auf damit! Cosmo kennt deinen Namen. Alles klar! Thomas braucht den nicht kennen. Unwichtig! Okay! Cosmo muss gefüttert werden, bitte! Was ist denn der? Nimm einen Cube mit dem Kreis mit dem blinkenden blauen Lichtern. Schüttel den Cube mit allen Lichtern leuchten. Oh mein Gott, die leuchten wirklich alle hell! Einen davon würde sich ja nehmen zum Essen. Er holt dich an! Hä? Nef, er isst! Er isst gerade! Oh mein Gott, was? Ist das krass, Alter! Tipp auf Spielen? Ja! Tricks! Ja natürlich, Alter! Lass uns losgehen! Der kann so ein Ding rollen, Alter! Okay, lass mal hingehen! Mach mal, Kleiner! No way, das schafft der doch nicht! Das schafft der nie im Leben! Was? Er freut sich, Alter, richtig! Hau mich! Cosmo möchte spielen! Okay, dann spielen wir jetzt Hau mich, mein Freund! Komm her! Tippe, wenn die Farben übereinstimmen! Ah, okay, ich muss draufdrücken, wenn alle Farben gleich sind, quasi! Ich hab verloren! Wow! Ich hab schon wieder, was? Ja, ja, komm, ich gewinne! Nein! Komm schon! Uff, wie schnell der ist! Cosmo hat gewonnen! Was? Nein! Hä? Ich glaub, ich hab das Spiel nicht verstanden, Alter! Ich glaub, er ist einfach intellektuell überlegen! Das sieht man auf jeden Fall! Darauf reagiert er nicht auch, oder? Ich will auch mal! Ja! Hallo! Er rastet aus! Was? Oh mein Gott, er mag das nicht, wenn man ihn hier anfasst! Guck mal! Das mag er nicht! Angeblich kann man den auch schwindelig machen, warte! Was? Du siehst du das? Er weiß gar nicht mehr, wo er ist! Cosmo, vorsichtig! Na, ich hab das gerade in der rechts, um den zu lenken! Was? Ich kann ihn jetzt schon steuern! No way! Antippen, um die Nachtsichtsfunktion ein- und auszuschalten! Bitte! Er hat ne Nachtsichtsfunktion? Hallo Cosmo! Wie geil! Hallo! Komm, wir fahren zu denen, wir fahren zu denen noch mit! Angriff Cosmo! Oh mein Gott, ich seh sogar hier die Kameraperspektive! Guck mal! Man sieht sogar hier, da ist alles drauf! Yo! Nachtsichtsmodus aus? Ein! Aus! Wie geil! Nein! Nenn die Tür zu, du machst! Reiß mir Izzy ab, komm! Oh Izzy, jetzt wirst du kaputt gemacht, ne? Mal aus den Nasenländer! Ich fürchte mich schon extrem! Warte ab, warte ab, mein Freund! Warte ab, warte ab! Warte ab, mein Freund! Ja, nimm das, Izzy! Nimm das! Scheiße, Mann! Das kannst du ja nicht bringen! Nimm das, Izzy! Nimm das! Ich finde, irgendwann geht's zu weit! Ahhhh! Cosmo! Ahhhh! Die Bewegung sagt mir was, aber die kenn ich eigentlich nur aus anderen! Izzy, das ist falsch! Nicht so mit beim Oberdrehen! Komm, wir fahren! Knochen! Knochen! Cosmo, ist Thomas dein Affe? Aber er kann ja gar nicht Nein sagen! Cosmo, ist Rebi der Beste? Ähhh! Wisst ihr, was wir noch haben, Leute? Wir haben nämlich hier das wunderbare Code Lab! Da können wir nämlich hingehen und einfach Sachen passen mal auf hier! Ja, ganz gut! Alles klar, guck mal der wird müde wenn man ihn... Kommen, wir gehen nochmal nebenan, der Izzy ist viel zu laut hier! Der Izzy ist viel zu laut. Izzy! Wir können nämlich jetzt hier einfach ein neues Projekt anlegen, Leute. Und da kann man per Drakondrop ganz einfach wie quasi, als wenn man programmieren würde. Sachen einfach reinziehen und dann Sachen starten. Passt mal auf. Wir beginnen die Animation von ihm mit einem Nieser. Danach soll er ein Champions-Gehäu machen. Dann soll er dreimal nach hinten fahren. Und dann soll er etwas Bestimmtes sagen. Und zwar soll er sagen, Scheiß Thomas. Okay, und jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert. Achtung, wir starten das Ding. 3, 2, 1, go. Oh, jetzt, er niest wirklich. Guck mal, er niest. Als ob! Als ob! Weh, ich werde jetzt krank, Alter. Okay, jetzt kommt das Siegesgeheul. Als ob! Als ob! Ich will, dass der Scheiß Thomas sagt. Nein, er ist freundlich. Brav, brav. Hallo, wir gucken, ob er Hallo sagen kann. Hallo. Siehst du? Okay, das geht. Ich hasse Thomas. Ich hasse den jetzt. Darfst du Felix rüberfahren? Wir können zu Felix rüberfahren. Leute, das Geile ist jetzt, ich brauche jetzt gar nicht mehr zu Felix rübergehen. Ja, ist alles gut, ihr Kleiner. Oh, guck mal, er spielt gerade mit sich selber. Was, alles gut oder? Er ist jetzt schon gestört einfach durch meine Anwesenheit. Ich kann jetzt quasi zu denen einfach rüberfahren und ihn beleidigen, ohne dass ich da selber rübergehen muss. Was machst du jetzt? Das ist so krass, er hat einfach eine künstliche Intelligenz, Leute. Der macht einfach, was er will. Schaut mal. Er isst jetzt einfach was. Er nimmt das jetzt einfach und will es fährt. Er ist irgendwo hin. Aber warum macht er das? Ja, weil das jetzt besser steht. Okay, wenn das in seiner Ordnung so funktioniert, dann ist das wohl richtig. Mega die Disco. Ja. Eins auf. Oh, er kann sogar einen Hund nachmachen. Schaut mal. Sein Hund. Wow. Böse. Ja, wie viele Möglichkeiten er hat. Herzbrechen. Was kann der denn alles? Krass. Man kann ihn programmieren ohne Programmierkenntnisse. Das ist heftig. Man kann quasi einfach alles in die Kette reinpacken. sagen, okay Leute, wir schauen mal ganz kurz, was das jetzt ausmacht. Oh. Alles klar. Jetzt kommt, glaube ich, die Katze. Jetzt würde er lachen. Oh, jetzt ist er böse, jetzt ist er böse. Oh, guck mal. Oh, er ist traurig. Krass, was er alles kann. Wir können jetzt hier wirklich hingehen und Cosmo so programmieren, dass er jeden Tag um 9 Uhr zu Dner rüberfährt und sagt, scheiß Felix und das in seinem Zimmer fährt. Und das ist eine Sache, die werde ich mir auf jeden Fall zur Lebensaufgabe machen, um das zu lernen. Ich hasse Dner. Ich hasse Dner, das ist gut. Komm mit, Cosmo, wir sagen wir ihm. Komm mit, kleiner. Felix ist nicht hier. Dann sagen wir es halt Jodie. Jodie. Guck mal ganz kurz, was Cosmo schon gelernt hat. Achtung. Ich hasse Dner. Du hasst Dner? Guck, er hat sogar den Kopf geschüttelt. Ja. Hast du das gehört? Easy, er hasst Dner. Mega gut. Ja. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Uah, der hat mir mein Gesicht genießt. Ja. Geil, oder? Das mag er gar nicht. Der hat mich gebissen. Ja, hat er. Alter, das ist krass. Ja. Das ist echt krass. Komm, wir fahren nach Hause. Und hier greift alle hier. Oh, mehr sonst. Er hat dich dominiert. Ja. Wie geil. Willst du mal Palut-Roboter hauen? Oh ja, wir greifen Palut-Roboter an. Oh, ich hab's kaputt. Ja, gut gemacht, Cosmo. Auf geht's. Willst du Revanche? Komm her, Digga. Okay, das haben wir noch an Spielen. Fang mich. Was ist das? Schauen wir mal ganz kurz. Bring Cosmo das unter einem Cup-Zub-Zuschnappen. Zieh diesen weg, bevor Cosmo ihn erwischt. Okay, auf geht's. Oh, was? Er hat gewonnen. Aber er ist umgekippt. Damn. Cosmo? Cosmo? Oh. Ich glaub, wir müssen ihn nochmal füttern. Ja, hol dir was zu essen. Nimm dir was. Gönn dir, gönn dir, gönn dir. Mh, guck mal, wie es ihm schmeckt, Alter. Oh, 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 oh. Damn, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Leute, ich bin so dermaßen froh, dass ich dieses kleine Fratzentier hinter meiner Seite habe. Es ist einfach unglaublich süß und es ist richtig krass, dass diese KI alles drauf hat. Es ist so dermaßen intelligent, da ist so viel noch möglich, Leute. Ich werde mich auf jeden Fall in den nächsten Tagen damit auseinandersetzen, wie ich irgendwie Felix damit am effizientesten nerven kann. Dieses kleine Gerät, Leute, ist einfach nur echt endkrank und ich hätte niemals damit gerechnet, dass es so was Süßes irgendwann mal hier im UFO gibt. Das ist einfach echt, das ist so von der Intelligenz her, ohne Witz, ich würde fast so sagen, wie ein Hamster, wirklich jetzt. Oder wie du. Leute, das soll es von diesem wunderschönen Video gewesen sein. Wenn ihr mehr zu Cosmo erfahren wollt, schaut auf jeden Fall in die Videobeschreibung. Das war es auf jeden Fall dann sehr stellig. Es wird auf jeden Fall das ein oder andere lustige Video mit Cosmo auf jeden Fall an die Tage online kommen, Leute. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon, wie gesagt, im großen Cosmo-Battle gegen Jodis Wander zu kämpfen, weil Jodis kriegt nämlich auch noch einen. Schaut auf jeden Fall bei Jodis, wo mein Video ist auch verlinkt, Leute. Erinnerlich, Cosmo möchte spielen. Ne, Cosmo gerade nicht, Alter. Gerade nicht. Ich weiß, du bist beleidigt, aber ich möchte gerade nicht spielen, okay? Ich will nicht, tut mir leid. Leute, das war es für das Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich würde sagen, haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schaut auf jeden Fall in die Videobeschreibung, da erfahrt ihr alles zu diesem kleinen süßen Racker. Und damit bin ich raus. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.